Lange Zeit war das Fuji X-Bajonet ja sehr exklusiv. Fuji hat die eigenen Fuji-Noll-Objektive hergestellt und eigentlich sonst niemand konnte für dieses Bajonet Linsen anbieten. Das Ganze hat sich die letzten Jahre geändert und aktuell ist ein weiteres Objektiv eines Big Players der Objektiv- und Linsenfertigung dazugekommen, nämlich ein Tamron 17-70mm mit durchgängiger Blende von 2,8. Das heißt, wir reden hier über das absolute Standard des Standardobjektivs, also viel standardisierter kann man ein Objektiv gar nicht bauen. Umgerechnet von APS-C auf den Crop der Fuji muss man natürlich alles mal 1,5 nehmen, das heißt 17x1,5 und auch die 70mm mal 1,5. Und dann bekommt man ein Äquivalent, was bis hoch zu 105mm geht bei Lichtstärke 2,8 und das ist ganz wichtig, Look von Blende 4. Wer das jetzt gerade nicht verstanden hat, gerne einmal andere Videos angucken, auch die große Objektivstrecke hier bei Krohle von Gers, da wird dann auch erklärt, warum die Lichtstärke sozusagen bei f2,8 bleibt, aber die Freistellung, das heißt die Streukreise dem des f4, entsprechend auf einer Vollformat-Kamera. Ich habe das Ganze relativ ausführlich testen können, da wären wir bei unserem Hashtag Transparenz, das ist ein Presse-Sample von Tamron, was wir jetzt sehr, sehr, sehr früh im Entwicklungsstadium bekommen haben. Das heißt, wir haben eine Version zum Fotografieren bekommen, die wirklich nicht mal für Fotos freigegeben war, das heißt, da hätten wir gar keine Fotos von zeigen, also wir dürfen zwar Fotos zeigen, aber wir dürfen da jetzt nicht 100% rangehen und sagen, guck mal, wie schlecht oder gut das Ganze ist. Das ist völlig normal, aber das ist natürlich wunderbar, wenn man so einen Fortschritt sieht und auch merkt, wie viel besser der Bildschirmvisator plötzlich wurde. Dann kommt ein Firmware-Update, die gehen dann meistens noch mit Nullkomma los und plötzlich wird das besser und das besser. Sondern man merkt richtig, wie ein Objektiv eigentlich heutzutage schon gebaut wird, aber es erst über die Software wirklich fertig gemacht wird. Und darauf werden wir nachher nochmal zu sprechen kommen, gerade eben, wenn es um das andere Objektiv, das 1655, was in direkter Konkurrenz sozusagen jetzt steht, zum Tamron, wenn es darum geht, das zu vergleichen. Gucken wir uns doch einfach mal das Objektiv im Detail an und lesen uns einfach mal so ein paar Specs hier vor, damit wir die Sache beregelt haben und gleich auch dann zu den Praxis-Dingen kommen können. Was haben die letzten Wochen nämlich gezeigt? Das können wir aber erst klären, nachdem wir die Fakten geklärt haben. Gegenüber dem Tamron 1770 steht natürlich das 1655 von Fuji. Beide Objektive sind roundabout gleich groß. Das Tamron ist ein bisschen länger, dafür ist das Fuji ein bisschen breiter. Das Gewicht allerdings, da gewinnt deutlich Tamron mit 20 Prozent, roundabout weniger als das Fuji. Also schon merklich. Die Filtergröße-Durchmesser für den Frontlinsen-Durchmesser, äh Frontlinsen-Filter ist 67 gegen 77 Millimeter. Also da kann man auch nochmal ein paar Euro sparen, wenn man aufs Tamron geht. Linsenaufbau ist 16 in 12 Gruppen beim Tamron, 17 in 12 Gruppen beim Fuji. Beide haben kleinste Blende von 22 und jetzt kommt ein großer Unterschied, der findet sich in der Naheinstellgrenze, denn das Tamron geht bis 19 Zentimeter bei 17 Millimeter ran und erzeugt damit eine Naheinstellgrenze von 1 zu, oder einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 4,8, während das Fuji nur bei 1 zu 6,3 ist. Die Brennweite ist gar nicht ähnlich, da wären wir beim Tamron, wie besagt, bei 25,5 bis 105 Millimeter, während beim Fuji das Ganze 24 bis 84 Millimeter bedeutet. Ein riesengroßer Unterschied, über den wir auch gleich sprechen müssen, ist die Vibration Compensation, wie sie bei Tamron heißt, der Bildstabilisator, der hier im Objektiv verbaut wurde. Bei Fuji ist gar keiner drin. Weiter geht's im Review mit meinen Praxiserfahrungen. Ich hoffe, dass sich dieses oder auch unsere gesamten Reviews, die wir hier bei YouTube posten, dadurch auszeichnen, dass wir natürlich sehr viel Wert auf Praxis und eher weniger den Fokus auf die objektiven Datenblätter legen. Die Sache, die ich am meisten fotografiert habe, ist keine Sache, zu Menschen, Porträts. Und ich habe hauptsächlich die X-T4 verwendet, allerdings habe ich auch einige Fotos mit meiner Lieblingsquäl-Fuji der X-Pro3 gemacht. Das ist so eine richtige Hasslieben-Kamera, aber ich liebe sie und hasse sie gleichzeitig. Egal, das ist jetzt ein anderes Thema, aber ich denke, wer eine X-Pro3 hat, der kann das komplett nachvollziehen. Ich habe immer wieder auch auf das 16-55 gewechselt, um auch im Fotografieren so einen Unterschied vielleicht merken zu können. Und Punkt Nummer 1, erst einmal die ganz wichtige Aussage, ich finde das Tamron dem 16-55 überlegen. Und das ist gerade wegen diesen oberen 20 Millimetern Brennweide, die man da roundabout mehr hat, 15 oder sowas sind es ja. Hat einen Grund und zwar gerade bei Porträts ist ja so, dass man teilweise auch Close-Ups machen möchte. Und diese Close-Ups haben schon einen anderen Look, wenn man eben mit 70 Millimeter, also 105 auf Wolframat, anstatt mit 84 Millimeter fotografiert. Das ist jetzt immer noch im leichten Tele-Bereich, also auch der 16-55 befindet sich nicht in so einem 50 Millimeter Bereich, sondern der Kopffaktor-Bildwinkel ist ja dementsprechend eines 85 Auffolformat. Aber es ist trotzdem nochmal ein Unterschied, weil es nochmal eine sehr, sehr, sehr viel neutralere Darstellung gibt bei den 70 Millimeter. Was ist mir noch aufgefallen? Es sind die klassischen Problemchen beim Tamron, die auch bei der Sony-Version da waren. Zum Beispiel gefallen mir ehrlich gesagt die Gegenlicht, das Ghosting gefällt mir nicht. Man muss unterscheiden. Es gibt Flaring und es gibt Ghosting. Wenn wir uns jetzt mal so ein Flare im Gesamten angucken, wir können ja eins aus dem Krolob und Gers Flare-Paket nehmen, Hashtag Werbung. Das größte Flare-Paket auf der Welt für den kleinsten Preis mit RAW und JPEG. Entschuldigung. Da haben wir einmal den Effekt des Flaring, das ist dieses Milchigwerden um die Lichtquelle herum. Und dann gibt es diese Punkte, die sich über die Bildmitte bewegen, das sind dann sozusagen die Ghosting-Effekte. Die Ghosting-Effekte sind dieses Hin- und Vor- und Zurückwerfen der Lichtquelle in den Linsenelementen drin. Das heißt vorzugsweise, je mehr Linsenelemente man hat, umso stärker und umso gefährlicher ist dieser Ghosting-Effekt. Den finde ich beim Tamron einfach sehr aggressiv. Beim Fuji ist er weniger aggressiv. Aber auch dazu kommen wir vielleicht gleich noch bei Bildqualität. Das hat auch wieder was zu sagen. Der Unterschied im Weitwinkel, 16mm zu 17mm, der ist mir in den meisten Situationen völlig egal. Ich habe ehrlich gesagt noch ein Ultra-Weitwinkel-Objektiv für die Fuji. Und wenn ich wirklich Ultra-Weitwinkel fotografieren möchte, dann nehme ich das. Ich finde es komisch, weil wenn man all unsere Videos hier bei Grolob und Gers anguckt, dann hat man manchmal so das Gefühl, ich würde mir widersprechen, weil ich selber merke, dass ich manchmal widerspreche. Aber ich glaube, insgesamt widerspreche ich mir gar nicht. Es hängt sehr davon ab, wie und unter welcher Prämisse man so ein Video anguckt. Wenn ich jetzt sage, das ist das einzige Objektiv, was ich habe, dann kann es schon sein, dass die 16mm des 16,55 vorzuziehen sind gegenüber dem 17,70. Wenn ich hingehe aber und ich sage, ich habe eh ein, zwei oder drei Objektive, vielleicht noch ein Ultra-Tele, vielleicht auch noch ein Ultra-Weitwinkel, dann werden diese 1mm plötzlich irrelevant, komplett irrelevant. Beim Tele ist es so, dass ich manchmal sage, der Tele macht gar nicht mehr so viel Unterschied im Bildwinkel, aber hier ist eben schon nochmal eine gehörige Stufe Unterschied. Das heißt zwischen 16,55 und 17,70. Das ist so in der Praxis einfach nochmal ein Bereich, wo sich so die Bildwirkung auch nochmal ändert. Deswegen finde ich, ehrlich gesagt, das ist eines der schönsten Standardobjektive, die ich jetzt für die Fuji kenne. So, kommen wir mal zu den nächsten persönlichen Sachen, die mir aufgefallen sind. Ich finde es an der X-Pro3 ziemlich hässlich. Wenn man das jetzt mal hier von oben sieht, dann sieht man, die X-Pro3 hat ein sehr, sehr, sehr glänziges Finish und auch das Original-XF-Objektiv hat ein sehr glänziges Finish. Da sieht man es hier deutlich. Die X-T4 hat ja bekommen so ein mattes Finish und ehrlich gesagt finde ich da, dass das Original-Design des Objektives nicht mehr wirklich zur Kamera passt. Also hier ist es sehr viel matter. Und da finde ich plötzlich, macht irgendwie das Tamron-Objektiv einen sehr, sehr, sehr schönen Job. Das heißt, also hier finde ich die Optik einfach sehr viel passender. Bei der X-Pro3 stört mich ehrlich gesagt so ein bisschen dieses matte Finish des Objektives. Aber das ist jetzt einfach eine Sache, auch wieder betrachtungswinkelabhängig. Eine X-Pro3. Eine X-Pro3 ist ein Design-Objekt. Da ist die Linse, die man davor verwendet, ist genauso zum Design des Fotopassens wie die Kamera selbst. Das ist wie eine Handtasche. Die muss zum Outfit passen. Die Handtasche muss leben. Aber egal. Das ist jetzt mir aufgefallen, dass ich manchmal einfach an der X-Pro4 finde ich es jetzt nicht so schön. An der X-C4 ehrlich gesagt, da stört es mich gar nicht. Da finde ich es sogar schöner als dieses glänzige Ding an der matten Kamera. Ja gut, ist halt so wie es ist. Sprechen wir mal ganz kurz über Optik und Qualität und Rendering. Ich habe hier auf dem Tisch eine Alpha 6600. Und auch da ist ein Objektiv vorne dran. Das sieht man. Auch da ist ein 1770 vorne dran. Und ich mache jetzt hier mal die Geli weg. Hier ist es 1770 für Fuji. Und wie man sieht, sind das zwei absolut identische Objektive. Und das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt. Tamron hat wirklich das Objektiv 1 zu 1 von der Konstruktion übernommen. Nur hier im unteren Bereich, da sieht man den Unterschied zwischen dem E-Mount-Bajonett und dem X-Bajonett. Was ja noch ein bisschen kleiner ist. Übrigens, wer jetzt mehr Interesse hat an groß und kleines Bajonett, wir haben da ein sehr interessantes Video gemacht über die Objektiv-Bajonett-Größe und das Auflagemaß und wie das überhaupt mit der maximalen Blende zusammenhängt. Also wir können es hier drunter verlinken. Einfach mal angucken. Daran kann man nämlich erkennen, dass das X-Bajonett wirklich tippitoppi ist und das hat nichts mit Größe oder sonst was zu tun. Immer dann, wenn es um die Größe ankommt, ist es sowieso meistens nicht so richtig. Sagt man. Also hier sieht man, dass das Bajonett etwas angepasst wurde, dass es dünner wurde. Und ich glaube, das war auch die höchste Konstruktionsarbeit. Da gibt es auch ein Dokument, ein Interview, was ich gesehen habe, wo ein Tamron-Führungsmitglied der Entwicklung oder der Chefebene erzählt, dass hier die Platine neu konstruiert werden musste. Weil die Platine, die saß irgendwie hier unten drin und die musste jetzt zersplittet werden und nochmal aufgeteilt werden und zweiebig gemacht werden. Also der Mikroprozessorhalter hier im Objektiv, der wurde hier nochmal anders gebaut. Alles andere hier vorne, also alles, was das eigentliche Objektiv betrifft, das hier ist absolut identisch. Identisch, identisch, identisch. Und das 1770 ist ja gerade, was E-Mount betrifft und APS-C E-Mount betrifft, einfach ein makelloses Objektiv. Also ohne jetzt vorwegzugehen in der optischen Leistung, kann man eigentlich schon sagen, weil das Objektiv gibt es ja schon über anderthalb Jahre, dass das Objektiv makellos performt an APS-C Kameras. So, gucken wir uns jetzt einfach mal das Objektiv genauer an. Wir haben optische Tests gemacht, die wir auch hier gleich einblenden werden. Das Interessante ist, und darüber werden wir auch gleich sprechen, dass man diese Tests in gewisser Weise nochmal bewerten muss im Kopf. Ich zeige hier einfach mal ein Bild. Das ist ein Foto, aufgenommen mit der X-T4, mit dem 1655. Und wenn wir jetzt sehr, sehr, sehr stark an den Fokusbereiche heranzoomen, dann erkennen wir, dass das eine Schärfe ist, die sehr komisch aussieht, die eigentlich von Photoshop überschärft aussieht. Und wer dieses Überschärfungseindruckchen hat, der liegt gar nicht so falsch. Fuji optimiert die Datei, die rauskommt, sehr stark. Das muss man einfach eingestehen und das ist ja auch völlig legitim. Warum sollten Sie es nicht? Ich bin ja eh ein Fan davon, Korrekturen zu machen, ob jetzt optisch oder digital. Hauptsache das Ergebnis wird gut. Ich bin da sehr ergebnisresultierend. Allerdings muss man es eben halt auch wissen. Denn wenn man die beiden Objektive jetzt an der Kamera vergleicht, dann wird man erstmal so ein bisschen nach hinten fallen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil das Tamron von der Fuji eben nicht optimiert wird. Und wer jetzt denkt, aber Martin, dann guck dir doch nicht die JPEGs an, sondern guck dir die RAW-Daten an. Das ist die RAW-Datei. Und das ist die RAW-Datei, wir können das auch gerne in Nummer 1 blenden, ohne irgendwelche Korrekturen rechtsaußen. Das ist die RAW-Datei. Wer jetzt denkt, dass eine RAW-Datei RAW ist, der muss echt nochmal ein bisschen in sich gehen und überlegen, ob die Welt dann doch vielleicht ein bisschen falscher ist, als man sich das manchmal vorstellt. Eine RAW-Datei hat nichts zwangsweise mit RAW zu tun, sondern eine RAW-Datei bedeutet einfach nur, das ist eine Art Zwischenstadium vor JPEG, TIFF oder was auch immer noch kommen mag, was aber der Hersteller trotzdem nochmal optimiert. Es ist zum Beispiel klar, dass Nikon eine Zeit lang bei ihren Sensoren Flächen entrauscht hat. Da hat das Rauschen kurz vor der Kante angefangen. Solche Spielereien machen Hersteller im RAW. Genauso, dass das irgendwelche, ich meine, das sind ja Farbkanäle, da kommen ja RGB, da gibt ja Analog-Digital-Wandler. Also Sensor, der fängt ja Licht auf, Photonen, die werden in Energie umgewandelt, sehr für Baby, aber die gehen dann weiter in Form von Strom und dort geht dann jemand hin und sagt, ah ja, okay, also 3 Volt und 4 Volt und 10 Volt, das gibt so eine Farbe. Und dann wird das zusammen gemixt und dann abgespeichert irgendwo. Und wie das dann verarbeitet wird, natürlich wird da was verarbeitet. Und Fuji macht da einfach sehr, sehr, sehr viel. Was auch völlig legitim ist, weil sie ja von vornherein auch mit einem cleanen System gestartet sind und da auch wunderbar im digitalen, spiegellosen Zeitalter entwickeln konnten. Jetzt habe ich sehr, sehr, sehr hart darüber nachgeredet, was jetzt hier passiert war, aber wir müssen es einfach wissen. Denn wenn wir jetzt die Bilder einblenden, zum Beispiel den Vergleich der Schärfe der Mitte bei 2,8 gegen die Schärfe der Mitte 2,8 bei 16,55, dann wird man erst mal denken, wow, crazy, das ist ja richtig scharf gegen richtig unscharf. Das Problem ist bloß, das 16,55 ist intern nachgeschärft. Das sieht so künstlich aus, das sieht ehrlich gesagt für mich auch, ich habe es nie so negativ wahrgenommen, weil ich ja nie den Vergleich hatte. Es gab ja kaum andere Objektive, die man ransetzen konnte, die man so vergleichen konnte. Aber es ist auch mit ein Grund, dass eben Fuji immer so extrem schärf wird. Tendenziell bei meinen Einschlungen, also wenn wir mal in meine Grundeinschlungen gehen, ich habe übrigens ein schönes Video gemacht über meinen Lieblingsschwarz-Weiß-Stil, auch für die Fuji, für die XC4, kann man unten auch verlinken, das nächste Video, was wir verlinken müssen, dann nehme ich bei der Fuji eigentlich immer so ein bisschen die Schärfe zurück, weil mir tendenziell Fuji eigentlich immer zu scharf ist. Und das passiert nur im JPEG, das ist eigentlich Blödsinn, dass ich das mache, aber die RAW-Datei selber ist mir eigentlich bei Fuji zu knackig. In Anbetracht der Tatsache, dass das Rendering 1 zu 1 gleich ist, also wir dürfen nicht vergessen, das Objektiv existiert schon mal an der Alpha 6600. Und an der Alpha 6600 gibt es 1770 und es hat vorzügliche Testberichte und vorzügliche Messwerte bekommen. Das ist eines der coolsten APS-C Objektive an der Sony E-Mount. Und das ist das gleiche Rendering. Das ist jetzt nicht, dass das plötzlich irgendwie an einer anderen Kamera anders performt. Das ist das Gleiche. Das ist die Frage, was hinten bei rauskommt. Und wenn da eben jemand schummelt, und das tut in dem Falle jetzt Fuji, nee, halt, ich darf nicht schummeln sagen, es ist kein Schummeln. Das ist einfach nur ein Optimieren, das kann man aber auch natürlich mit Schärfen ersetzen. Dann wird jedes Testergebnis 1 zu 1 digital verbessert werden. Also um das mal so zu sagen, man hat einen Wert, was Objektiv macht, dann macht man eine Schärfung obendrauf und die kann man ja am Rand machen, in der Mitte, außen, bei Blende 8, bei Blende 5.6, bei Blende 2.8. Das heißt, alles wird so ein bisschen nach oben verschoben und man müsste eigentlich fairerweise diese Schärfzeichnung wieder runterrechnen oder einfach digital das Tamron auch nachschärfen um den gleichen Betrag. Und dann könnte man eigentlich Ergebnisse sehen. Wenn wir uns jetzt hier mal den Rand angucken bei 2.8, dann merken wir schon, dass das Ergebnis trotz der fehlenden Korrekturen nicht mehr so weit auseinander liegt und dass es schon immer näher geht. Wenn wir das Ganze jetzt im Telebereich angucken, haben wir wieder in der Mitte einen relativ deutlichen Unterschied, außen wieder etwas weniger. Das ist das Interessante, dass eben dieses Optimieren der Rohrdatei in der Kamera drin, dass das natürlich einfach ein bisschen verschwimmend ist, die Ergebnisse. Ich persönlich habe unfassbar viele Portraits in letzter Zeit gemacht. Ich habe die Bilder bearbeitet. Sarah hat die Bilder bearbeitet. Wir haben mit 100% Ansicht in die Augen, wir haben es nicht wahrgenommen. Also bis zum Zeitpunkt, wo wir die Serienversion, das Objektiv ist jetzt Serie, das ist so final, bis wir dieses Objektiv hatten und dann gegen das andere Objektiv verglichen hatten, hatten wir nicht festgestellt aus der Praxis heraus, dass es in irgendeiner Weise diesem Objektiv nicht gewachsen ist. Und das ist auch wieder so eine interessante Sache aus der Praxis, wo natürlich solche Testberichte, die man in Zeitschriften oder auch bei YouTube-Videos liest, wo dann irgendwelche Tafeln oder irgendwelche Siemens-Sterne abfotografiert werden. Siemens-Sterne, das Ding, wo man Kopfschmerzen bekommt, wenn man zu lange drauf guckt. Die sind halt nicht zwangsweise ausschlaggebend und aussagekräftig für jede praxisnahe Situation. Ich finde, was noch wichtig ist bei der Betrachtung der optischen Qualität, sind natürlich zum Beispiel die Verzeichnung, gerade bei 17 mm. Das finde ich ehrlich gesagt alles völlig im Bereich, vor allem wenn jetzt andere Hersteller auch schon anfangen, ihre Objektive kleiner und kompakter und günstiger zu machen und Verzeichnungskorrektur komplett wegzulassen. Da finde ich, was Tamron hier in der Rechnung gemacht hat, noch wirklich spitze. Das optische Kriterium, was mir am wenigsten gefällt, und ich muss jetzt nochmal drauf hingehen, ich will da wirklich sehr knallhart ehrlich sein. Ich bin ja so ein Flair-Fanatiker, so ein Nifty-Fifty-Flair-Fanatiker. Ich mag ja so ganz softe Flares. Mir sind das Ghosting und das Gegenlichtverhalten, das 17,70 verdient eine Geli. Also ganz kurz, ich habe sie jetzt gerade weggemacht. Das hier ist ja unsere Making-of-Kamera und die hat sozusagen eine Geli und diese Geli ist, glaube ich, das ist die einzige Geli, die man bei Kohlup und Gers sieht. Also dieses Objektiv muss mit Geli fotografiert werden, weil das Gegenlichtverhalten ist so unangenehm, was das Ghosting betrifft, dass sich das einfach nicht haben möchte. Andere Objektive kann man da eben anders fotografieren. Allerdings ist das auch wieder so eine Sache, das ist das Schöne an Fotografie, es ist immer so ein Geben und Nehmen. Lichtstrahlen kommen durch jedes Objektiv. Also hier vorne, da kommen Lichtstrahlen rein und die kommen dann hier hinten raus. Es gibt keine Lichtstrahlen, die da vorne reinkommen und die da hinten rausgehen, die anders da durchgehen wie andere Lichtstrahlen. Das heißt also, dieses aggressive Flair-Verhalten, das ist eigentlich ein Hinweis darauf, dass das Objektiv häufig, also man muss da vorsichtig sein, weil es gibt da sehr viele optische Konstruktionsmöglichkeiten. Aber im Allgemeinen ist ein sehr hartes Bokeh und ein sehr aggressives Ghosting-Verhalten ein Hinweis darauf, dass das Objektiv eher potenziell zu scharf geworden ist. Ich habe mal als Vergleich mitgenommen, hier ist das 25mm 0,95. Das ist so eine, ich weiß gar nicht, welche Marke das ist. Das ist Seven Artisan. Das ist so eine Billigmarke, auch für Fuji X-Mount und das hat 0,95. Das ist so eine Scherbe, so eine Retro-Scherbe, ultra altes Rendering und auch nicht das beste Glas. Warum haben denn diese, warum haben denn diese alten Retro-Linsen oftmals so ein schönes Bokeh und so ein schönes Flaring und so ein schönes Gegenlichtverhalten? Einfach, weil die auch per se gar nie scharf werden. Das bedeutet, das Licht kommt durch das ganze Objektiv, egal ob es von der Sonne, vom Motiv oder sonst wo kommt. Und wenn was extrem knackig wird, dann wird es vorne in der Schärfe als auch in der Unschärfe knackig. Was ein Bokeh oder was so Flaring und Ghosting oftmals so schön macht, ist, dass zum Beispiel Linsen einfach matschig sind. Graulich, gräulich. Aber dann wird auch das Motiv, was man anfokussiert, eben halt auch nie scharf. Das ist das Schöne an Fotografie und an Objektiven, dass das eine irgendwie so am anderen hängt und wenn man in die eine Waage kippt, dann kippt man so in die andere. Also das ist alles sehr verknüpft und diese Verknüpfungen zu verstehen und zu hinterfragen, ist natürlich ein super, super tolles System. Ich finde es wirklich super interessant im Vergleich zu alten Objektiven. Da kann man erkennen, was Bokeh oder Flaring oder Ghosting bedeutet, wenn es angenehm und nicht angenehm ist, aber was auch gleichzeitig für Konsequenzen natürlich, was die Schärfe betrifft, mit sich bringt. Unschärfe finde ich super schön geworden. Was ich technisch gesehen auch immer bei Tamron sehr, sehr, sehr toll finde, ist die Naheitschickgrenze. Das Objektiv, hatten wir schon gesagt, kann einen Abbildungsmaßstab erreichen, der wirklich schon fast am Makro dran ist. Es ist nicht ganz Makro, aber es ist sehr nah dran. 17 Millimeter, übrigens mehr als bei 70 Millimeter. Also 70 Millimeter würde ich dann eher weniger Makros machen. Wenn man sich mehr machen möchte, dann würde ich 17 nehmen. und dann kann man relativ nahe ran und wirklich auch Details machen. Ich glaube, gerade das ist so für so ein Alltagsobjektiv und als das würde ich es bezeichnen. Das ist so ein Arbeitstierobjektiv extrem wichtig. Gerade auch beim Fotografieren von People oder bei Produktionen ist es oftmals so, dass man zum Beispiel einen Shot macht von der Person und dann will man irgendwie Details. Dann sagt der Kunde, ja, ich will nochmal die zwei, drei Sachen Details, zum Beispiel für TikTok oder Instagram oder sonst was, dass man irgendwie noch was posten kann. Und dann muss man bei manchen anderen Objektiven das Objektiv wechseln, damit man den nächsten Schuss machen kann. Hat dann irgendwie andere Blenden und sonst was. Und das ist einfach nicht der Fall. Genauso, wenn man irgendwie im Urlaub ist, wenn man unterwegs ist, man geht einfach nahe hin, macht ein Foto und aus die Maus. Also ich habe das letztens gemerkt, das war ein Beispiel, ach ja, mein Sohnemann ist gestolpert, wollte ein Foto haben für die Oma von einem aufgestürften Knie und ich hatte das falsche Objektiv dran, was halt super scharf ist, aber wo ich nicht wirklich das Knie hoch aufflöge. Also ich konnte es, ging nicht. Dann habe ich das Handy rausgeholt und habe es mit dem Handy fotografiert, was ja auch nicht Sinn der Sache sein kann. Wir geben Geld aus, wir kaufen uns Objektive, wir kaufen Kameras, die einen tollen Look haben und dann ist es einfach so, dass es irgendwann aus ist. Also es soll nicht so sein. Punktausschluss. Ich habe mich geärgert, weil es war halt auch, vielleicht war es schon solide, Knie. Das wäre auch was für die Zukunft gewesen, wo man sagt, guck mal hier, so sah es mal aus. Blutourismus sozusagen, aber es ist schade. Wie kann man das Ganze zusammenfassen? Viele Fotoshootings, vieles Porträtieren in vielen Situationen. Geschlossen blendig, finde ich ehrlich gesagt, ist es objektiv, da ist es meiner Meinung nach nicht mehr so spannend heutzutage. Also man kann wahrscheinlich gar nicht mehr erkennen, ob das so das Objektiv, wenn man auf Blende 5, 6 oder 8 abgeblendet hat, das funktioniert so nicht mehr. Aber bei 2,8er Blende mit 70 Millimeter entstehen einfach so unfassbar schöne Looks. Auch gerade im Gegenlicht, die Porträts, die gefallen mir einfach so wahnsinnig gut. Eine Sache ist meiner Meinung nach das Allerwichtigste an diesem Objektiv. Und zwar der integrierte Bildschervisator. Bei Fuji heißt es ja eigentlich OIS, Optical Image Stabilization. Es gibt da noch die Bildschervisierung in der Kamera und das Tamron hat eine unfassbare Stabilisierung. Das kann man auch kurz erklären und da kann man noch mal kurz verweisen auf das Sony Video. Das Tamron, die sagen wieder AI, aber es ist meiner Meinung nach keine AI, das hat eine sehr, sehr, sehr anpassende Art und Weise mit Stabilisierung umzugehen. Da sind Lagesensoren drin und diese Sensoren, die merken gewisse Bewegungen und packen die in Bewegungsmuster. Bedeutet, da ist eine Datenbank drin aus Bewegungsmustern, die beim Filmen auftreten können und wenn das Objektiv diese Datenmuster erkennt, dann wird der optische Bildschervisator im Objektiv eigenständig und unabhängig von der Kamera auf diese Bewegungsmuster geeicht. Und das ist natürlich ultra genial. Also diese Bildschervisierung zusammen mit der X-T4 zum Beispiel aus der Hand im Weitwinkel ist fast schon wie ein Stativ. Das ist wirklich, wirklich besser. Also alleine dieses Feature, diese extreme Stabilisierung, die man vor allem bei 70 Millimeter merkt. Das ist ja auch wieder die Sache. Es gibt zwei Stabilisierungsarten, Sensorstabilisierung und Optikstabilisierung. Die Sensorstabilisierung, die ist eher vorzugsweise im Weitwinkel sinnvoll, weil da andere Bewegungen und Muster entstehen und die Bildschervisierung mit dem Objektiv, die ist bei Teleobjektiven sehr, sehr, sehr wichtig und auch vor allem effizienter. Das heißt also, Telesachen kann ein Bildschervisator im Objektiv weniger gut stabilisieren als die Weitwinkelsachen und Weitwinkelsachen kann ein Objektivstabilisator im Objektiv weniger stabilisieren. Aber Gott sei Dank, zum Beispiel an der X-T4 habe ich ja beides. Ich habe dann eine Stabilisierung in der Kamera und ich habe eine Stabilisierung im Objektiv und somit kann die Kamera beides gleichzeitig einsetzen, je nachdem, welche Brennweite ich bin. Also gerade bei den 70 Millimetern merkt man es deutlich, dass man hier nochmal ein stabilisiertes Objektiv hat und ich finde, dann wird irgendwie der direkte Vergleich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Thema Autofokus. Auch da würde ich gerne wieder auf das Sony-Video referenzieren, denn daran kann man, eigentlich ist es eine wunderschöne Sache, ein Objektiv, was jemand für zwei Kameramarken produziert, die aber sozusagen das gleiche dann zum Arbeiten haben. Also die Alpha 6600 ist ein Monster, was Autofokus betrifft, wirklich absolut, absolut großartig. Die X-T4 genauso ein Monster an Autofokus und ich würde behaupten, dass das Objektiv beide können, beider Kameras wirklich voll mitgeht. Man muss das Ganze wieder ein bisschen eingrenzen. Deswegen gibt es ja hoffentlich auch mehr YouTube-Kanäle hier über Fotografie. Wir sind eben nun mal People, Commercial-Fotografen, wir fotografieren eigentlich sehr lahme, träge Motive. Ich bin nicht der richtige Mensch, der über Autofokus zum Beispiel von irgendwelchen fliegenden Tieren oder sonst was berichten kann. Ich bin immer froh, wenn ich das Ding überhaupt ins Bild bekomme, geschweige denn scharf. Also die Ansprüche, die hier wir bei Grobel und Gerst für Objektiv-Autofokus haben, sind lächerlich im Vergleich zu dem, was die Objektive heute leisten. Es ist schon so, dass es Objektive gibt, wo ich merke, ah, da ist was nicht ganz in Ordnung, aber das ist nicht der Fall beim 1770. Und weder bei der XC4 noch bei der Alpha 6600 kann ich irgendwie berichten, dass das Objektiv irgendwie zu lahm wäre. Wurden ja auch extra irgendwie Motoren verbaut und nochmals schneller und sonst was, aber also aus der Praxis heraus war alles wirklich problemlos. Was man sagen kann, was den Autofokus betrifft, ist natürlich auch wieder den Videomodus. Ich finde, dass das Tamron schon eine deutliche Schippe mehr auf Video ausgerichtet ist und auch das ist natürlich eine Sache, die man sich selber entscheiden muss. Also wenn man jetzt nur natürlich fotografiert, dann mag das, was ich jetzt sage, völlig egal sein. Aber das Objektiv 2022, das Objektiv 2015, 2015 war Videografie noch gar nicht so erheblich und auch da hat man eben die Motoren gar nicht so sehr darauf angepasst, dass irgendwelche continuous sanften Verläufe gemacht werden müssen, dass irgendwie getrackt werden werden muss. Also da merkt man einfach, dass dieses Objektiv eine Schippe neuer ist und diesen Arbeitsbereich der Videografie natürlich viel mehr in die Entwicklung mit eingeflossen ist als beim XT, beim 1655. Gut, wie kann man das Ganze abschließen? Nach dem 18300, was ich hier gerade den Händen halte von Tamron auch für X-Mount, was ja ein wirklich, ich habe ein sehr interessantes Video gemacht vor vielen, vielen, vielen Jahren über einen Reisesoom auch 18300 von Tamron, also eigentlich das, den Vorgänger, da war ich in Paris unterwegs, gerne mal angucken. Es ist super interessant, wie wichtig Brennweite ist im Vergleich zur offenen Blende, obwohl ich ja persönlich ein Blenden-Fanatist bin, ein Bockischist. Übrigens gibt es bei uns im Store noch die letzten Bockischisten-Tassen. Gibt es überhaupt noch? Oder sind schon alles verkauft? Ah, muss man jetzt gucken. Aber Bockischisten-Tassen sind natürlich, ich meine, Isoteriker finde ich natürlich auch sehr schön. Egal, zurück zum Thema, das gibt es tolle Video, auch gerne mal angucken über das Reisesoom, aber ich finde es schön, dass Tamron jetzt mit dem 1770 einfach nochmal die Performance, die bei der Alpha 6600 so unfassbar gut geklappt hat, auf die Fuji X-Mount bringt. Ich habe eigentlich alles gesagt. Es ist ein solider Preisunterschied, es ist ein solider Gewichtsunterschied, es ist ein solider Unterschied, was die Performance gerade mit dem Bildstabilisator betrifft. Es sind so Kleinigkeiten, dass man mehr Naheinstellungsgrenze hat, dass man noch ein bisschen mehr obenrum hat an Brennweite. Natürlich hat man auch weniger, einen Millimeter untenrum, wobei 16, 17, 24 zu 25 Millimeter, das ist jetzt, also aus meiner Erfahrung heraus ist es einfach so, wenn die 24 nicht passen, dann braucht man 12 oder 13 oder 16 oder 10 Millimeter. Also diese 1 Millimeter in dem Bereich finde ich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen kokolores, aber das kann man auch natürlich anderer Meinung sein. Man kriegt einen kleineren Filterdurchmesser, man hat eigentlich sehr, sehr, sehr viel mehr beim Tamron als beim Fuji, aber ich verstehe natürlich auch, wenn jemand zum Beispiel sagt, wie ich bei meiner X-Pro3, so sieht die Combo eigentlich ganz geil aus, glänzig, glänzig. Es gibt ja auch so Verrückte, die wirklich ein Objektiv wegen irgendeinem Finish kaufen. Performancetechnisch würde ich ehrlich gesagt, dass die Combo X-C4 mit 17,70 sehr weit vorne anstellen, was die generelle Performance betrifft. Ich glaube, durch das Tamron und auch gerade das Tamron jetzt bei Fuji immer weiter einsteigt, gewinnt das X-System von Fuji immer mehr. Wir fotografieren sehr viel damit und ich finde, dass mehr Objektive unterschiedlicher Couleur, also auch so ein Artisan mit 25,095 macht einfach ein System stärker, mächtiger und toller. In diesem Sinne würde ich sagen, Tschüsschen, das war die Vorstellung und wie gesagt, gerne mal die referenzierten und verlinkten Videos unten angucken, gerade was dieses Raw-Optimieren betrifft. Das ist jetzt nicht Fuji, die das machen, das machen alle. Stark. Auch wenn wir es immer denken, Raw ist Raw. Nee, 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 ist nicht. Das ist jetzt nicht so, es war nur ein Bänder. Bis zum nächsten Mal. Tschüsschen, bis zum nächsten Mal. Tschüsschen, bis zum nächsten Mal. Tschüsschen. B좌, das sind hier. Die große Frage. Töne, Punkt 8, die große Frage. Die große Frage. Eines können Die Frage. Die Frage. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020